Erronia Eigentlich muss ich noch einkaufen Aber ich trau mich nicht in die Innenstadt Mit meiner Dieseljeans Hey Leute, hey Leute, hey Leute Man ist richtig kalt draußen Richtig extrem Der deutsche Wetterdienst gibt Entwarnung Gott sei Dank In Deutschland besteht keine Weitbrandgefahr Ich war letztens unterwegs Steh an der Ampel Gucke nach rechts Und sehe Krass, oder? So langsam könnte wirklich wieder Sommer werden, oder? Also langsam Winter war jetzt lang genug Jetzt kann der Sommer wieder kommen Das wäre gut Das hat sich gereinnt Ich sollte Wepper werden Ey, das war letztens so übertrieben kalt Ich habe gegen den Ostwind gespuckt Und zack Hatte ich Eiswürfel in der Fresse Ich meine, es ist so kalt Man muss sich morgens wirklich überlegen Mit was für ein Gesichtsausdruck mal rausgeht Weil der bleibt Scheiße Wo habe ich denn meine Schuhe? Ach, da sind sie ja Hey Leute Ich hoffe, das Video hat euch gefallen Jetzt komme ich leider zu einer schlechten Nachricht Ja, was heißt schlecht? Auf jeden Fall eine, ja Keine schöne Nachricht Also viele wissen ja Ich mache ja YouTube-Videos Ich habe das ja auch gerne gemacht Nur ich höre jetzt auf Viele fragen sich, warum hört der jetzt auf einmal auf? Erst fängt er an und macht da Ja, manchmal dreimal die Woche ein Video Ja, es ist eigentlich ganz einfach Mein Akku ist gleich leer Ja, aber ich höre nicht auf mit YouTube Was habt ihr denn gedacht? Bis zum nächsten Mal hacen halt Hal lovgity ist hat Target Sind Das Ich t bin Ich Tö Ich Vielen Dank.